Werder kommt, so hieß es am Mittwochabend in Wildeshausen. Die beiden Fußballprofis von Werder Bremen, Florian Grilic und Milas Velkovic, gaben in einem Elektronikmarkt Autogramme. Die Fans konnten nicht nur Autogrammkarten ergattern, sondern sich auch Bälle, Trikots und Plakate signieren lassen, sowie Selfies mit den Spielern machen. Der 21-jährige Defensivspieler Velkovic steht bei Werder Bremen seit Februar 2016 unter Vertrag. Der Österreicher Grilic läuft seit der Saison 2015-2016 für Werder auf. Im März 2017 wurde er erstmals in die Nationalelf berufen. In dieser Saison erzielte er bereits zwei Bundesliga-Tore für Werder.